Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-der-Weisheit-Letzter-Schluss. Dieses Mal zeige ich euch drei Wege, wie ihr USB-Bootsticks erstellen könnt. So was braucht man hin und wieder, wenn ihr mal einen physikalischen Rechner installiert mit einem Linux-Betriebssystem und im Internet eine ISO-Datei runtergeladen habt, die eigentlich historisch gesehen dazu gedacht ist, dass man die auf eine CD oder eine DVD brennt. Aber heutzutage braucht man eigentlich bloß noch USB-Bootsticks. Und um diese ISO-Datei zu einem bootfähigen USB-Bootstick umzuarbeiten und da drauf zu schreiben, ja, gibt es Programme und drei Wege, zeige ich euch jetzt. Das erste Programm ist Balena Etcher. Das ist ein grafisches Programm, was exakt das macht. Also ihr gebt ihm eine ISO-Datei vor, sagt, das ist der USB-Stick und jetzt mach mal schön. Das ist relativ fett. Das sind 150 MB, die das Ganze groß ist. Für den doch sehr kleinen Funktionsumfang finde ich es relativ viel. Funktioniert allerdings auch. Die Projektseite ist etcher.balena.io Und wenn ihr das Ganze runterladen möchtet, gibt es das in verschiedenen Geschmacksrichtungen unter der GitHub-Seite, also github.com-balena.io Da haben wir unter anderem das Debian-Paketformat, damit ihr es unter Debian, Ubuntu, Linux, Mint, glaube ich, funktioniert. Da drunter, dann haben wir RPM für sowas wie Fedora und die anderen, die aus dem Red Hat-Universum kommen, funktioniert. Oder falls das nicht gehen sollte, könnt ihr auch das App-Image nehmen. Das ist eine ausführbare Datei, wo alles mit drin ist, sodass ihr die bloß ausführbar macht und startet. Und da sind Bibliotheken, Grafiken und alles drin, damit das funktioniert. Der letzte Kandidat in unserer Riege, das ist DD und der funktioniert komplett ohne grafische Oberfläche. Das ist eins von diesen Standard-Kommandozeilen-Programmen, die es gefühlt quasi schon immer unter Unix und Linux gegeben hat. Für DD brauchen wir natürlich Root-Rechte, beziehungsweise wir können unseren Benutzer auch in eine Gruppe, das Discs, setzen, damit wir auf diese Geräte direkt zugreifen dürfen. Und das nicht so, wie man einen USB-Stick normalerweise verwendet. Also man hat ein Dateisystem drauf, das mountet man und dann kann man dort drauf zugreifen. DD arbeitet auf einer anderen Ebene, das ist tiefer. Also da werden nicht Dateisysteme geschrieben, sondern wirklich einzelne Blöcke auf einen USB-Stick. Und damit man das darf, braucht man entweder Root-Rechte oder man muss in der richtigen Systemgruppe drin sein, damit das funktioniert. Damit kann man direkt eins zu eins eine ISO-Datei auf den USB-Stick schreiben. Da wird nichts umgebaut. Und wenn dieses Hybrid-ISO, was dafür gedacht ist, dass man es sowohl auf eine CD, DVD oder einen USB-Stick schreiben kann, dann funktioniert das. Wenn wir jetzt eins von diesen problematischen ISOs haben, dann klappt das nicht, weil es wirklich bloß geschrieben wird, ohne Anpassung zu machen. Dabei müsst ihr natürlich besonders aufpassen, wenn ihr sowas schreiben möchtet, dass ihr die richtige Gerätedatei erwischt. Also unter Linux hat jedes Gerät, was es so gibt bei eurem Rechner, die Maus, ein USB-Stick, eine interne Festplatte und so weiter, hat eine Gerätedatei, über die das Gerät direkt angesteuert werden kann, ohne irgendwie Dateisysteme, sonst irgendwas. Und das ist auch das, was Programme, die partitionieren und formatieren, verwenden. Also die greifen direkt auf das Gerät zu, über diese Gerätedatei und umgehen damit irgendwelche Dateisystementreiber und so weiter. Und wenn ihr jetzt das Falsche erwischen solltet, also nicht den USB-Stick, sondern eine interne Festplatte oder eine SSD, dann sind die Daten auch wirklich weg. Also DD schreibt gnadenlos Dinge über und dann ist das auch weg. Also wirklich sehr genau aufpassen, was ihr dort tut. Gut, ich mache das dann immer so, ich nehme mir eine Kommandozeile, gebe mir Root-Rechte über SU- unter Ubuntu oder Linux Mint SU Freifeld minus I. Dann muss ich in beiden Fällen mein Passwort eingeben und dann habe ich Root-Rechte. Und dann stecke ich den USB-Stick ein und tippe dann D-Mask. Dieses Pipe-Symbol gibt die Information, die D-Mask direkt auf der Kommandozeile ausgebt. Also probiert das gerne aus, was da rauskommt. Das ist eine ganze Menge. Und mit diesem Pipe-Symbol gebe ich die Information an das nächste Programm, an Tail, weiter. Und Tail, ja, das ist Schwanz, also das Ende, wo nur die letzten Zeilen mit ausgegeben werden. Und da sollte dann sowas stehen, wie Punkt, 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 irgendwie so Zahlen. Und dann kommt hier in eckigen Klammern die Gerätebezeichnung SD, ABC, sonst irgendwas. Das ist sehr wichtig, dass ihr da auf die einzelnen Buchstaben guckt. Dann steht da noch bei, wie groß das ist, wie viele Blöcke das gibt. Dann nochmal umgerechnet in Gigabyte und in die SI-Einheit, wie viel Platz das Ganze hat. Das sollte damit übereinstimmen. Mit dem, was euer USB-Stick auch wirklich hat. Und wenn ihr euch sicher, 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 sicher seid, dann nehmt ihr diese Bezeichnung her. Dann kommt da noch schrägstrich def, schrägstrich und danach die Bezeichnung. Also in meinem Fall die SDA. Bei euch vielleicht was anderes. Genau gucken. Und das verwenden wir hier unten wiederum. Und der ganze Aufruf ist dann hier DD, das Kommando selbst. Dann gibt es IF für Input File, also euer ISO, was ihr schreiben wollt. Das kommt nach dem Gleichheitszeichen. Hier natürlich der Name, wie diese ISO-Datei heißt. Und dann haben wir hier OF für Output File und Gleich Name der Gerätedatei. Und dann schreibt es gnadenlos die Daten von dem ISO auf einen USB-Stick. Oder wenn ihr das Falsche erwischt habt, natürlich auf das falsche Gerät. So einfach geht es, ohne zusätzliche Dinge noch mal installieren zu müssen. Balena Edger funktioniert mit den heutig erhältlichen ISOs relativ gut. Also mit den meisten wird es einfach so problemlos funktionieren. Allerdings gibt es auch spezielle ISOs, die nicht dafür vorgesehen sind, dass man die auf USB-Sticks schreibt. Also die funktionieren irgendwie intern so ein bisschen anders, sodass es nicht immer direkt klappt. Von daher gibt es UNetBootin. Das ist schon so ein bisschen veraltet, aber unter aktuellen Linux-Systemen kriegt man es auch noch installiert. Und damit bekommt man üblicherweise auch so problematische ISO-Dateien auf dem USB-Stick drauf, sodass er hinterher auch noch bootet. Also einfach draufschreiben, das kann jeder, aber dass es hinterher bootet, klappt nicht immer direkt. Das UNetBootin, das entpackt dieses ISO, bastelt da ein bisschen dran rum und schreibt das auf einen FAT32 formatierten USB-Stick. Also ihr müsst einen USB-Stick nehmen und vorher wirklich mit FAT32 formatieren. Zum Beispiel mit mkfs.fat minus großes F und 32 und dann wie das Gerät heißt. Damit überschreibt ihr das, was da bereits drauf ist. Und ihr könnt das natürlich auch grafisch machen. Es gibt grafische Oberflächen zum Partitionieren, Formatieren und so weiter und so fort von USB-Sticks externen und internen Festplatten. Das kann man so und so machen. Aber das Zielmedium der USB-Stick muss bereits mit einem FAT32-Dateisystem formatiert sein, sonst klappt das nicht. Die Projektseite ist unetbootin.github.io und ihr könnt verschiedene ausführbare Dateien runterladen in 32 und 64 Bit von github.com.unetbootin. Wenn ihr das automatisieren möchtet, habe ich das hier mal vorbereitet. Das macht ihr mit Hutrechten. Wie immer bei diesen Sachen. Es kann immer aber schief gehen. Ihr macht das komplett auf euer eigenes Risiko. Einmal im Schnelldurchgang. Wir haben hier mit Weget so ein Programm, was Dateien aus dem Internet runterladen kann. Dann steht hier der komplette Pfad drin mit der noch aktuellen Version 702. Das ist die ausführbare Datei. Laden wir runter. Dorthin. Und man muss unetbootin mit Rootrechten ausführen. Aber die grafische X-Org-Sitzung, die ihr höchstwahrscheinlich vor euch habt, die läuft ja nicht mit Rootrechten. Von daher gibt es auch noch einen kleinen Trick mit, damit Root Dinge auf eurer aktuellen grafische Sitzung anzeigen darf, was üblicherweise verboten ist. Damit wir unetbootin bzw. diese Datei hier auch mit Rootrechten ausführen dürfen, mit unserem aktuellen Benutzer, legen wir hier unter sudoerst.d eine zusätzliche Datei an, die exakt das erlaubt. Also alle Benutzer auf allen Systemen dürfen ohne Passwortüberprüfung diese Datei mit Rootrechten ausführen. Und dann schreiben wir hier noch ein kleines Skript, das uns das Leben ein bisschen einfacher macht. Dort wird erstmal hingeschrieben, dass dieses Skript mit Bash, mit der Shell, mit diesem Interpreter ausgeführt werden soll. Dann X-Host Plus schaltet unseren Desktop frei für andere Benutzer. Also nachdem wir das gemacht haben, darf auch Root Programme starten, grafische Programme starten und die Ausgabe bei uns hin umleiten. Das brauchen wir in dem Fall, damit das funktioniert. Dann brauchen wir noch diese Umgebungsvariable, die irgendwas konfiguriert, damit das überhaupt startet. Ansonsten gibt es eine Fehlermeldung, die sagt, ja das muss aber gesetzt werden. Und dann starten wir unser unet-bootin mit sudo und bekommen dadurch automatisch Rootrechte. Und das landet in diesem kleinen Skript hier, in dieser kleinen Skriptdatei. Die müssen wir natürlich noch ausführbar machen. Mit chmod plus x geben wir dem ausführbaren Programm und unserem Skript auch noch Ausführungsrechte, sonst wären die nicht ausführbar. Ja, dann habt ihr das auf eurem System drauf und wenn ihr unet-bootin in der Kommandozeile eingebt, dann startet unet-bootin. Das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Vielleicht noch mal einen anderen Weg kennengelernt, auch für problematische ISOs. Wenn ihr schon mal Probleme haben solltet, unet-bootin ist ein guter Kandidat dafür, um das zu machen. Und ja, ansonsten probiert es aus, lasst es bleiben, wenn ihr es nicht braucht. Achtet ganz genau von wo ihr nach wo Daten schreibt, denn das Ziel wird überschrieben. Also wirklich aufpassen dabei. Ansonsten natürlich gerne abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.